Yo Leute, was geht? Mo hier, herzlich willkommen zurück auf der Crypto Wall Street, dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und Bitcoin, der steht aktuell bei 21.000 US-Dollar. Nachdem wir am Mittwoch nach der Federal Reserve Zinsentscheidung ein leichtes Aufatmen hier auf den Kryptomärkten verzeichnen konnten, kam es gestern zum erneuten Drop. Sämtliche Gains wurden egalisiert und Bitcoin hat erneut versucht sein letztes Low bei 20.100 US-Dollar herauszunehmen, hat es jedoch noch nicht geschafft. Was Bitcoin geschafft hat, ist mit diesen Price Movements mein kurzfristiges Wendelevel hier zu brechen. Ich habe meine Position erst einmal wieder geschlossen und was wir jetzt kurzfristig von Bitcoin hier erwarten können, welche Level aus meiner Sicht gebrochen werden müssen, um wieder trade-technisch aktiv zu werden. Und vor allem, welche Level aus Bullensicht weiterhin halten müssen, um ein Absacken hier auf den Kryptomärkten zu verhindern. Darüber werden wir detailliert in diesem Video sprechen. Ebenfalls werden wir kurz einen Blick auf Ethereum werfen und es gibt sehr, sehr interessante News. Dogecoin Investor verklagt Elon Musk auf 258 Milliarden US-Dollar. All das erwartet euch im heutigen Krypto-Update. Und wenn ihr das in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, dann empfehle ich euch definitiv ein kostenloses Abo dazulassen. Werde Teil der Krypto Wall Street. Aktiviere die Glocke, stell sie auf alle, denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ein Video online geht. Und abschließend smash the Like-Button, denn dann können wir mit dem Content rein starten. Wir schauen uns mal kurz die letzten 24 Stunden an, Freunde, was ist passiert. Wir stehen immerhin aktuell noch über der 900 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierungsmarke. Es kam zum Decrease über die letzten 24 Stunden von 1,8%. Auch Bitcoin um 1,7% gefallen, steht aktuell an der 21.000 US-Dollar Marke über die letzten sieben Tage, minus 30%. Hierzu verzeichnen, Ethereum noch ein viel größeres Beating erlebt, steht aktuell bei 1.100 US-Dollar, 4% in den letzten 24 Stunden Verlust. Aber sage und schreibe 38,25% über die letzten sieben Tage gesehen. Und da sehen wir sehr, sehr schnell, dass kein anderer Altcoin, nicht BNB, nicht Cardano, nicht Ripple, nicht Solana, nicht Dogecoin, so viele Verluste erleiden musste wie Ethereum. Und von daher werden wir da natürlich auch detailliert in diesem Video sprechen. Aber ansonsten, lasst uns keine Zeit verschwenden, Freunde. Lasst uns mal direkt in den Bitcoin-Chart reinspringen. Let's go! Wir starten direkt rein mit der M30, Leute. Und wir müssen definitiv noch einmal kurz über die gestern gebildeten Strukturen in Türkis sprechen, die mich letzten Endes dazu bewegt haben, hier kurzfristig einen Trade mit geringerem Risiko als üblich einzugehen. Auf die Gründe, warum ich diesen Trade eröffnet habe und vor allem auch mit geringerem Risiko, sprechen wir genau jetzt. Wir haben das Low hier bei 20.100 gebildet. Und danach können natürlich immer wieder neue Strukturen, in diesem Fall bullische Strukturen, kurzfristig, wir sind hier in einem 30 unterwegs, gebildet werden. Der Markt hat einen Bounce von diesem Level erlebt und hat vorerst dann im bärischen Korrekturlevel dieser Abwärtsbewegung eine Reaktion gezeigt und ist noch einmal gedroppt. Nichtsdestotrotz hat der Markt mit diesem Price Movement es nicht geschafft, das letzte Low hier bei 20.100 herauszunehmen. Nein, wir haben ein Higher Low im Vergleich zum letzten gebildet. Wann wurde dieses Higher Low überhaupt bestätigt? Mit einem neuen High, was wir hier in den Markt hereingemeißelt haben. Also mit diesem Price Movement Up. Was war für mich jetzt die erste Bestätigung? Der Bruch des Bärenlevels mit diesem High. Das heißt, hier haben wir das Bärenlevel wirklich gebrochen gehabt. Ist die erste Bestätigung, die für einen Trade aber noch nicht ausreicht. Ich brauche weitere Bestätigungen. Es geht darum, sich immer weitere Bestätigungen abzuholen, hier auf den Märkten, um seine Wahrscheinlichkeiten, seine Chancen zu erhöhen. Was war dann die zweite Bestätigung? Natürlich haben wir mit diesen Price Movements, wie hier in Türkis schon dargestellt, eine bullische Sequenz aktiviert und diese auch bis ins Ziel-Level 161,8er getragen. Zweite Bestätigung. Danach ist es natürlich sehr, sehr interessant, was der Markt im Anschluss in seinem Gesamtkorrektur-Level diese Aufwärtsbewegung gemacht, hier in Türkis dargestellt. Und da wir uns bereits so tief im Markt befinden, ich diese zwei Bestätigungen erhalten habe, habe ich gesagt, hey Leute, ich werde es hier mal versuchen, mit einem kurzfristigen kleinen Trade geringeres Risiko als üblich. Warum geringeres Risiko? Weil ich üblicherweise drei Bestätigungen brauche, um hier in einen Trade einzusteigen. Was wäre jetzt die dritte Bestätigung gewesen, wo ich gesagt hätte, hey, jetzt versuche ich, sage ich mal, mit normalem Risiko in diesem Wendebereich, wäre der Bruch des letzten Highs gewesen. Das ist ausgeblieben, denn wir haben in diesem Fall immer noch ein Lower High im Vergleich zu dem hier gebildet. Hätte der Markt folgendes Price Move für uns gemacht, hätten wir das High herausgenommen, was ebenfalls eine Bestätigung für eine kurzfristige Trendumkehr hätte sein können. Wir sind hier im M30 unterwegs, wenn ich von Trendumkehr spreche, dann in diesen Timeframes und nicht von dem übergeordneten Chartbild, weil bestimmt Leute wieder denken, hey, wenn Mo von Trendumkehr spricht, dann meint er neue All-Time-Heist. Nein, ist nicht so. Wir befinden uns ganz, ganz klar in einem Downtrend hier auf den Kryptomärkten. Nichtsdestotrotz ist jeder Downtrend früher oder später auch mal zu Ende und es kommt zu leichten Relief-Movements. Darüber werden wir gleich noch im Anschluss sprechen. Also was ist danach passiert? Der Markt ist in seinen Wendebereich reingekommen, hat kurz konsolidiert, doch ist dann nach unten hin ausgebrochen und hat meinen Stop-Loss getriggert. Der lag knapp unterhalb der 78,6er. Cut your losses short, let your winners run. Also ich bin erstmal wieder off the markets. Was muss jetzt passieren, damit ich mich hier kurzfristig wieder in irgendwelchen Trades platziere? Genau das, wovon ich eben gesprochen habe. Wir brauchen oder ich brauche jetzt erstmal eine klare Bestätigung, dass wir hier aus diesem abfallenden, ich nenne es jetzt einfach mal Trendkanal, mit Lower Highs und Lower Lows herausbrechen. Was ist diese Bestätigung? Indem wir letzten Endes ein Higher High bilden, hier in diesem Fall. Erst dann wird es jetzt aus meiner Sicht wieder interessant, in den Markt einzusteigen. Aber das ist bei weitem noch nicht der Fall, Leute. Denn wir haben soweit erstmal diese abfallende Struktur. Wir sind weiterhin in einem Downtrend. Es ist noch keine Trendumkehr in Sicht. Aber wir stehen vor einem sehr, sehr markanten Level, wo wir ebenfalls drüber die letzten Tage gesprochen haben. Über das letzte All-Time-High bei knapp 19.800 US-Dollar. Und in der Vergangenheit haben wir es noch nie gesehen, dass ein letztes All-Time-High angetestet wurde, retestet wurde, Leute. Das sehen wir letztendlich sehr, sehr schön. Im BLX-Chart springe ich einmal hier rüber. Denn, wir sehen es, wir haben im Juni 2011 ein All-Time-High gebildet. Danach kam es zum Down-Move, zum nächsten massiven Up-Move. Das neue All-Time-High wurde im 2013 November gebildet. Es kam zum erneuten Down-Move, doch wir haben nicht den Retest des letzten All-Time-Highs gesehen. Danach kam es zum nächsten Up-Move, neues All-Time-High im Dezember 2017. Zum Down-Move, auch hier haben wir es nicht gesehen, dass das letzte All-Time-High gere-testet wurde. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sieht es dieses Jahr aus? Kommt es anders? Das würde mich brennen interessiert, wie ihr es seht. Sehen wir den Retest des letzten All-Time-Highs? Und was erwartest du dann auch von diesem Level? Siehst du, ähnlich wie ich, ihr kennt meine Meinung, Leute, dass wir hier dann erstmal einen leichten Bounce sehen? Oder kommt es zum nachhaltigen Bruch dieses Levels? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auf die Diskussion würde ich mich riesig freuen. Ebenfalls sollten wir dieses Level nachhaltig unterschreiten, Freunde. Da kommen erstmal soweit nicht viele weitere Level in Frage. Das 78,6er liegt hier in Bitcoin bei 14.800 in etwa. Nach dem Bärenmarkt-Zyklus, wenn er genauso läuft wie die letzten Bärenmärkte, kennt ihr auch das Worst-Case-Szenario, 13.000 US-Dollar. Ich selber gehe weiterhin nicht davon aus, dass wir diese Preislevel noch einmal sehen werden. Aber hey, keiner kann es euch zu 100% sagen. Es geht hier wirklich um Wahrscheinlichkeiten, um die Prognose, um seine eigenen Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Wie gesagt, Bestätigungen zu holen. Letztendlich sind wir jetzt trade-technisch erstmal wieder vollkommen raus. Das Preislevel, aus meiner Sicht, sehr, sehr interessant weiterhin Dollar-Cost-Average zu betreiben. Das heißt, immer weiter den Weg nach unten, sein Buy-and-Hole-Portfolio aufzustocken. Ganz wichtig, Leute. Ich kann immer nur davon sprechen, was ich mache. Es ist keine Anlageempfehlung, was hier auf diesem Kanal mit euch geteilt wird. Immer nur das, was ich mache, meine Trade-Ideen, Trade-Erfahrungen und was letzten Endes das SK-System mir hergibt. Was ist jetzt immens wichtig für den Bitcoin-Preis, Leute? Erstens, wir haben darüber gesprochen, das Halten des letzten All-Time-Highs. Und auch gestern haben wir über den 200er SMA gesprochen. Simple Moving Average, der ziemlich genau liegt bei 22.300, 400. Und von daher, im Idealfall, Leute, wir haben noch zwei Tage, 14 Stunden bis zum Weekly Candle Close, kriegen wir hier nochmal einen leichten Bounce rein und schließen überhalb dieses Simple Moving Averages. Denn wenn wir uns auch den im Weekly Chart noch einmal anschauen, Leute, dann sehen wir, dass dieser letztendlich immer sehr, sehr schön den Boden von Bitcoin geliefert hat. Wir sehen es hier, in 2015 im Januar kam es zum Retest dieses Levels. Es kam zum Bounce, der Markt ist nach oben weiter gestiegen. Auch hier im 2015 August kam es zum Retest des 200er SMAs. Danach kam es zum nächsten Upmove. Und so können wir das auch weiter verfolgen. Hier in 2018 kam es zum Retest des 200er SMAs, zum nächsten Upmove. Und dann mit dem Corona-Dump kam es kurzzeitig zur Unterschreitung dieses 200er SMAs, doch nicht von Nachhaltigkeit. Und es kam zum nächsten Upmove. Wie ist es diesmal, Leute? Auch hier aktuell stehen wir deutlich darunter. Wir stehen bei 20.960. Und wie gesagt, dieser SMA liegt in etwa bei 22.400. Das wäre natürlich das Optimum für die Bullen, wenn die es jetzt schaffen, bis zum Wochenkerzenschluss den Markt hier wieder drüber zu hieven. Ich habe auch gesagt, hey, ein kurzzeitiger Schluss hier drunter ist erlaubt. Haben wir im Corona-Dump auch gesehen. Doch wir dürfen hier definitiv nicht nachhaltig drunter fallen, Leute. Denn wenn das passiert, gehe ich weiterhin davon aus, dass wir dann dieses letzte Alltime High auch brechen. Also, sehr, sehr interessant, was hier auf den Kryptomärkten aktuell los ist. Ich bin gespannt, was eure Meinung ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann springen wir jetzt einmal ganz, ganz kurz rüber auf sehr, sehr interessante News. Denn ein Dogecoin-Investor verklagt Elon Musk auf 258 Milliarden US-Dollar. Es wird vorgeworfen, dass es hier sich, oder hierbei um Dogecoin, um ein Schneeballsystem handelt. Und hier hat letzten Endes Keith Johnson am Donnerstag beim Bundesgericht in Manhattan eine Klage eingereicht mit der Aussage, hey, Musk habe seinen Status als reichsten Mann der Welt ausgenutzt, um Profit, Aufmerksamkeit und letzten Endes das Dogecoin-Schneeballsystem zu betreiben und zu manipulieren. Das sind echt krasse Vorwürfe, Leute. Was denkt ihr darüber? Klar hat aus meiner Sicht Elon Musk massiv dazu beigetragen, durch seine Tweets, durch seine Ankündigung immer auf Twitter letzten Endes den Preis nach oben zu pushen. Doch ist es damit, sage ich mal, ein Schneeballsystem? Hey, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ebenfalls soll Elon Musk und die Konzerne oder seine Konzerne dahinter letzten Endes verboten werden, Werbung für Dogecoin zu machen und auch, dass der Handel mit der Kryptowährung als Glücksspiel eingestuft wird. Hey, sehr, sehr interessante News. Definitiv ebenfalls drückend auf den Kryptomarkt. Sämtliche makroökonomischen Daten drücken ebenfalls auf den Kryptomarkt, Leute. Von daher, soweit erst einmal kein Katalysator für den nächsten Upmove. Soweit erst einmal ersichtlich. Wie schaut es jetzt hier in Ethereum aus? Ziemlich ähnlich, Leute. Ziemlich ähnlich, Leute. Das All-Time-High haben wir hier schon jetzt einmal unterschritten. Doch wir befinden uns weiterhin innerhalb dieser kleinen Hilfssequenz an den unteren Zielleveln. Und wir sehen auch ein sehr, sehr interessantes Level hier in Ethereum, was jetzt angetestet worden ist. Während wir das 78,6er bei Bitcoin bei knapp 14.400er Marke haben, haben wir hier das 78,6er an der 1.040 US-Dollar Marke. Und das ist das nächste interessante FIP-Level, wo wir gerade aktuell stehen. Es kam zum Retest dieses Levels, doch auch noch nicht zur nachhaltigen Unterschreitung. Sollte es hier gebrochen werden, Leute, in Ethereum, dann wird es echt ekelhaft, auch für Ethereum, die nächsten Level 88,2er bei 574 US-Dollar. Aber wie gesagt, ich selber gehe ja auch nicht von der Unterschreitung dieses Levels aus. Aber wie gesagt, alles kann, alles kann, nichts muss hier auf den Kryptomärkten. Wir wurden schon immer wieder eines Besseren belehrt. Untergeordnet können wir natürlich gar nichts machen, da hatten wir auch darüber gestern gesprochen. Hier fehlte mir die Bestätigung des Erreichens der Ziellevel. Deswegen habe ich gesagt, hey, auf Ethereum halte ich mich erstmal komplett raus. War hier soweit erstmal die weise Entscheidung. Ansonsten brauchen wir hier natürlich auch erstmal den Bruch der letzten Highs, um hier irgendwie trade-technisch wieder agieren zu können aus bullischer Sicht. Shorten, ich selber finde es uninteressant, hier den Markt zu shorten. Sowohl Bitcoin, Ethereum als auch sämtliche Altcoins. Warum? Weil letzten Endes das Chancen-Risiko-Verhältnis viel, viel besser ist für Long-Trades, Leute. Wir haben letzten Endes nur noch wenig Chancen nach unten hingesehen, wenig Downwards-Potential. Doch das Upwards-Potential ist riesig. Von daher, ich fokussiere mich hier weiterhin auf Long-Entries, wenn sich gewisse Strukturen bilden. Also Leute, trade-technisch halte ich erstmal komplett die Füße still. Nichtsdestotrotz bin ich weiterhin der felsenfesten Überzeugung, dass die Range zwischen 23.000 US-Dollar und 20.000 US-Dollar ein sehr, sehr attraktives langfristiges Akkumulationslevel verkörpert. Wie gesagt, Leute, ich kann immer nur von meiner Meinung sprechen und das, was ich mache. Ich gebe hier keine Anlageempfehlung auf diesem Kanal raus. Ich werde aber weiterhin diese Range auch jetzt nutzen, um Dollar-Cost-Averaging zu betreiben, um meinen durchschnittlichen Einstiegspreis hier in Bitcoin weiter zu drücken, um langfristig sehr, sehr gut aufgestellt zu sein. Denn ich gehe weiterhin davon aus, dass wir auch in Zukunft neue All-Time-Highs sehen werden. Und das bestätigen auch die Wale. Die gehen auch davon aus, dass langfristig natürlich dieses Level sehr, sehr attraktiv ist. Der größte Bitcoin-Wahl kauft an diesem Level weiterhin nach. An der 20.000 US-Dollar-Marke wurden über 1.000 BTC seitens dieses Wahles eingekauft. Die BTC-Wahl-Transaktionen haben am 14. Juni auch ein neues All-Time-High gesehen. Die Bitfinex-Long-Positionen der Wale, der größten Wale steigen auch weiterhin. Und von daher, dieses Level ist für mich einfach weiterhin sehr, sehr interessant. Ihr könnt mir aber auch gerne mal eure Meinung wieder dazu in den Kommentaren da lassen. Ansonsten hoffe ich, dass ich mich oder euch mit diesem Video weiterhelfen konnte. Falls es ihm so ist und euch das Gefallen hat, smash the Like-Button. Falls noch nicht bist, werdet ihr Teil der SK-Crew, der Crypto Wall Street. Lass ein kostenloses Abo da, Glocke aktivieren. Und dann hören wir uns aller, aller spätestens morgen früh zum nächsten Crypto-Update. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.